Hier brandnews, die Sachen zum Thema schönsten Motiv. Ich habe für das schönste Motiv, für alle diejenigen, die mitmachen möchten und die schnell sind, was ganz Besonderes aus dem Lager gefunden. Für die ersten 10, die eine Online-Party-Managerin anmelden bei uns, dürfen sich zusätzlich zu dem 25 Euro Gutschein, zusätzlich zum schönsten Motiv, eins von zwei Produkten entscheiden, die man nicht kaufen kann. Zählst du, genau du, zu den ersten 10, die uns eine Online-Party-Manager melden in den nächsten Wochen, dann darfst du wählen, ob du noch einen kleinen Hot- und Go-Behälter haben möchtest oder du sagst, nee, ich hätte ganz gern lieber einen Frozen-Behälter, dann sag es uns doch ganz einfach, wenn du zu den besten 10 oder zu den schnellsten 10 gehörst, so ist es richtig, darfst du wählen, ob du dazu noch diesen kleinen Hot- und Go haben möchtest oder den Freezen-Go, je nachdem, wie du das gerne möchtest. Viel Erfolg für die schnellsten 10!